Im heutigen Video zeige ich dir eine extrem einfache Möglichkeit, wie du online Geld verdienen kannst mit der Hilfe von YouTube und einer kostenlosen AI, die du kostenlos erstmal benutzen kannst. Und wie das Ganze genau funktioniert, werde ich dir jetzt Schritt für Schritt zeigen und das Beste ist, du kannst ohne laufende Kosten oder ohne Vorfahrung sogar das Ganze starten. Und das noch bessere dran ist, du musst nicht mal selber die Videos erstellen, weil wir mit der Hilfe von AI innerhalb von weniger Minuten hunderte Videos erstellen können. Und wie das Ganze jetzt genau im Detail funktioniert, werde ich dir jetzt Schritt für Schritt zeigen. Als allererstes dafür gehen wir erstmal auf YouTube und suchen erstmal nach Videos, die einfach das Potenzial haben, wirklich viral zu gehen. Das Ziel hier ist einfach wirklich Videos zu generieren, die sehr viel Aufrufe generieren. Und da ist es einfach sehr einfach, wenn wir uns einen Creator raussuchen, wie zum Beispiel MrBeast. MrBeast hat selber in dem Video selber mal gesagt, dass es für ihn okay ist, wenn wir seine Videos zum Beispiel einfach klippen, Das heißt einfach kleine Kurzvideos drausschneiden und die dann zum Beispiel auf TikTok, Instagram, YouTube und Co. hochladen, um damit eben ein Einkommen zu generieren. Und genau das werde ich dir in diesem Video zeigen, wie wir eben hunderte solche Kurzvideos in wenigen Minuten generieren können. Deswegen suchen wir als allererstes mal auf YouTube nach MrBeast. Und hier können wir uns jetzt einfach mal ein paar Videos raussuchen, die zum Beispiel sehr viele Aufrufe schon generiert haben und die erst vor kurzer Zeit am besten hochgeladen wurden. Wie dieses Video zum Beispiel, das wurde vor zwei Wochen erst hochgeladen und hat bereits 86 Millionen Aufrufe. Was wir jetzt ganz einfach machen wollen, ist ein Rechtsklick machen und einfach mal die Adresse des Links kopieren. Da haben wir jetzt dann im Prinzip einfach die Video URL kopiert. Und was wir jetzt als nächstes machen wollen, ist auf dieses AI-Tool gehen, was uns eben helfen wird, aus einem langen YouTube-Video 10 virale Clips zu erstellen. Und das Ganze 10 Mal schneller. So, das Tool, was wir dafür nutzen können, heißt Opus.pro oder Opus Clip. Du findest das Ganze, wenn du auf Google einfach mal Opus Clip eingibst oder eben direkt Opus.pro. Du kannst das Ganze komplett kostenfrei am Anfang erstmal testen. Soweit ich weiß, kannst du, glaube ich, zwei oder sogar vier Stunden an Videomaterial hochladen, aus denen du dann eben einige Videoclips generieren kannst. Und wenn man sich jetzt hier zum Beispiel einfach mal die Videos auf YouTube anschauen, das Video geht zum Beispiel 15 Minuten, das geht 10 Minuten. Das heißt, du kannst mit den zwei Stunden Videomaterial kannst du bestimmt sechs oder sieben lange YouTube-Videos nehmen und dann eben aus jedem einzelnen YouTube-Video zehn virale Clips im Schnitt machen. Das heißt, du kannst komplett kostenfrei erstmal 50 oder 60 komplett kostenfrei virale Clips erstellen, wo du dann eben einen Monat lang, sage ich mal fast, auf Instagram und Co. hochladen kannst. Wie das Ganze genau funktioniert, ist absolut simpel. Wir können jetzt hier einfach auf dem Dashboard, wenn du dich hier registriert hast, sollte das Ganze dann so aussehen. Und du kannst hier direkt am Anfang im Dashboard, kannst du hier direkt deine Video-URL einfügen. Das Ganze funktioniert sowohl mit YouTube als auch mit Vimeo. Vimeo ist auch ein Videodienstleister oder Rumble zum Beispiel. Und dann kannst du hier einfach die Video-URL einfügen. Hier gehen wir jetzt einfach mal auf Einfügen und jetzt gehen wir auf Get Free Clips. So, das Ganze dauert jetzt je nachdem, wie lang dein Video ist. Je nachdem, wie lang dein Video ist, ungefähr fünf bis zehn Minuten schätzungsweise. Und dann können wir dann eben hier die ganzen Clips machen. Was wir jetzt hier noch auswählen können, bevor das Ganze geklippt wird, wir können jetzt hier verschiedene Styles auswählen mit den Untertiteln. Das heißt, das wird uns automatisch direkt auch noch die Untertitel generieren. Wir können jetzt hier zum Beispiel einfach den Beastie-Style nehmen. Das heißt, den Style, den MrBeast selber verwendet. Den verwende ich zum Beispiel auch bei meinen Instagram-Videos immer. Und das finde ich eigentlich einen ganz guten Style, den man benutzen kann für so Kurzclips. So, was wir jetzt dann hier noch machen können, ist einfach noch ein paar Einstellungen machen. Zum Beispiel, wann ihr das ganze Video geklippt haben wollt. Das heißt, ab welcher Stelle. In dem Fall würde ich euch einfach empfehlen, dass wir die kompletten 15 Minuten vom Video nehmen. Dann gehen wir einfach auf Get Clips in One Click. Und dann lädt das Ganze. Ihr seht jetzt hier, okay, das Video wird gerade bearbeitet. Und hier steht jetzt dran, dass es ungefähr zwölf Minuten dauern kann, bis das Ganze fertig ist. Nachdem das Video fertig generiert wurde, können wir hier in Opus Clip einfach in unserem Dashboard auf das jeweilige Video draufklicken. Und dann sehen wir jetzt hier auch schon die ganzen Reels, die schon generiert wurden. Wir sehen jetzt hier rechts zum Beispiel auch einen Viralitäts-Score. Je höher der Score ist, desto wahrscheinlicher ist, dass dieses Reel eben viral gehen kann. Und ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, je höher dieser Score bei meinen eigenen Videos zum Beispiel war, die ich da hochgeladen habe, zum Untertitel generieren, desto eher wahrscheinlich war halt die Wahrscheinlichkeit, dass die Videos wirklich viral gegangen sind. Also dieser Ding, klar ist es nicht in Gold gemeißelt oder in Stein gemeißelt, besser gesagt, dass das jetzt irgendwie zu 100% viral gehen wird. Aber je höher dieser Faktor ist, desto wahrscheinlicher ist es eben. Und ich würde euch wirklich empfehlen, schaut am besten nach Videos, die über 80 sind. Ich glaube, alles über 80 ist hier bei Opus Pro zum Beispiel selber noch in grün. Okay, 78 ist immer noch in grün. Also ich würde euch immer empfehlen, je höher, desto besser natürlich. Wenn ihr gerade frisch startet, könnt ihr natürlich auch einfach die etwas niedrigeren Videos zum Beispiel nehmen, wenn ihr jetzt zum Beispiel noch kein Geld ausgeben wollt für das ganze Tool. Aber ihr seht, wir haben jetzt hier mit einem YouTube-Video auf jeden Fall ein paar gute Reels generiert. Wir können jetzt hier zum Beispiel links einfach... We're about to fire the cannons at your new yacht! Terrifying! Aim the cannon! ... und ihr sagt, hey, das passt alles so, könnt ihr hier direkt auf Download gehen. Dann könnt ihr das Ganze in HD-Qualität einfach direkt runterladen. Und wenn ihr zum Beispiel sagt, hey, da passt irgendwas noch nicht, können wir hier einfach auf Edit Clip gehen, können das Ganze nochmal geschwind anpassen und können jetzt hier dann wirklich viele verschiedene Sachen mit dem ganzen Ding tun. Das Ganze sieht am Anfang vielleicht, wenn man ein Video-Bearbeitungs-Tool noch nie benutzt hat, vielleicht ein bisschen kompliziert aus, aber im Endeffekt ist es wirklich extrem einfach. Alles, was schon gemacht wurde, sind die Untertitel. Also die Untertitel sind automatisch hinzugefügt worden, plus das Video ist schon teilweise geschnitten. Also in den meisten Fällen, ich würde mal sagen in 9 von 10 Fällen, passt das eigentlich alles wirklich perfekt. Das Einzige, was ihr vielleicht manchmal ändern müsst, sind einfach irgendwelche Untertitel. Wenn jetzt hier zum Beispiel irgendwo ein Schreibfehler drin sein sollte, könnt ihr das jeweilige Wort anklicken, könnt hier auf Edit Words gehen und könnt dann hier eben alles reinschreiben, wie ihr es halt reinschreiben wollt. Und wenn dann alles passt, könnt ihr einfach auf Bestätigen gehen und dann wird das Ganze eben kurz umgeändert. Genauso, wenn jetzt hier zum Beispiel irgendwie, wenn irgendwas in dem Clip nicht ganz passen sollte und ihr vielleicht irgendwie eine kleine Stelle rausschneiden wollt, könnt ihr hier einfach auf den Punkt Split gehen, könnt das Ganze hier jetzt im Prinzip aufteilen, könnt hier vielleicht die kleine Stelle nach vorne gehen und könnt das Ganze dann hier vielleicht rauslöschen, wenn ihr jetzt hier vielleicht irgendwie ein Part habt, wo ihr sagt, hey, das möchte ich irgendwie nett drin haben. Aber ich gehe mal davon aus, dass wie gesagt, 9 von 10 Fällen sollten die Videos eigentlich im Optimalfall passen. Alles andere könnt ihr dann hier ganz einfach geschwind kurz abarbeiten oder abändern. Und dann könnt ihr hier einfach auf Save Changes gehen und könnt das Video dann eben einfach runterladen. Und ihr habt jetzt gesehen, wie schnell ihr das Ganze machen könnt. Ihr könnt im Endeffekt bei Opus Pro auch einfach mehrere Videos einfügen. Das heißt, ihr könnt jetzt hier zum Beispiel das erste MrBeast Video einfügen, könnt dann hier auf Get Clips kriegen. Und wenn dann dieses Ding kommt, dass das Video gerade bearbeitet wird und das eben zum Beispiel das Ganze noch 10 oder 12 Minuten dauert, könnt ihr einfach schon im Hintergrund ein neues Video bearbeiten lassen. Das heißt, ihr könnt 3, 4 Videos auf einmal klippen lassen, könnt dann die jeweiligen Videos hier geschwind anklicken. Und ihr habt gesehen, das Ganze läuft im Hintergrund. Ihr müsst vielleicht 10 Minuten kurz warten und ihr habt dann hier insgesamt 12 fertige Clips, die wir nachher benutzen können, um es eben auf Instagram, TikTok, YouTube und Co. hochzuladen, um dann eben Geld zu verdienen. Also, der nächste Schritt ist, jetzt beispielsweise, wenn wir zum Beispiel das Ganze auf TikTok hochladen wollen, uns natürlich einen TikTok-Account zu erstellen. Das Coole nämlich bei TikTok ist mittlerweile, dass wir eben auch für Aufrufe bezahlt werden können. Das heißt, ab 1000 Aufrufen kann man eben Geld verdienen für TikTok. Und die TikTok-Einnahmen variieren. Also, die meisten Creator berichten davon, dass sie so im Schnitt 1 bis 2 Dollar für die Aufrufe bekommen. Das heißt, für 1000 Aufrufe im Schnitt 1 bis 2 Dollar. Aber das Ganze klingt jetzt vielleicht extrem wenig, wenn man sich das das erste Mal anhört. Aber auf TikTok kann man eben sehr schnell viral gehen. Das ist nicht unwahrscheinlich, dass ein Video mal eine Million oder 10 Millionen Aufrufe generiert. Und bei einer Million Aufrufe hätten wir dann auch schon mal 1000 bis 2000 Euro generiert. Und das Ganze mit einem einzigen Video, was wir selber nicht mal generieren mussten. Wir können das Ganze hier ganz schön einfügen, haben die ganzen Videos fertig, laden uns das Ganze kurz runter. Dann gehen wir einfach auf TikTok, erstellen uns einen TikTok-Account. Und wir können die ganzen Videos natürlich auch auf YouTube hochladen. Wir können uns einen YouTube-Kanal erstellen, können die ganzen Videos auf YouTube-Shorts hochladen zum Beispiel, weil sie einfach kurze Videos sind. Und dann können wir eben auch mit YouTube-Shorts zum Beispiel Geld verdienen. Das ist jetzt mein Hauptkanal. Auf dem Hauptkanal habe ich eigentlich hauptsächlich nur normale Videos hochgeladen, also längere Videos. Aber nichtsdestotrotz kann man eben auch mit YouTube-Shorts Geld verdienen auf YouTube. Und wie ihr sehen könnt, sind die Einnahmen auf YouTube, können wirklich durch die Decke gehen. Deswegen ladet die Videos sowohl auf TikTok als auch zum Beispiel auf YouTube hoch. Das sind beides Plattformen, die euch nur für die Aufrufe an sich bezahlen. Eine weitere Möglichkeit ist, dass ihr zum Beispiel einfach zusätzlich digitale Produkte bewerbt. Ich aktualisiere das Ganze nochmal geschwind, dass ihr seht, dass das Ganze wirklich echt ist. Wir haben hier die heutigen Tageseinnahmen zum Beispiel 818 Euro, 497 Euro, an einem Tag sogar 1831 Euro. Und das Ganze einfach, indem man digitale Produkte bewirbt. Wenn du jetzt eine genaue Anleitung haben möchtest, wie du eben mit solchen Kurzvideos Reichweite generieren kannst und dann sowohl mit den Videoaufrufen bezahlt werden kannst, sondern auch noch mit digitalen Produkten Geld verdienen kannst, dann klick gerne einfach mal auf den Link unterhalb von diesem Video. Da habe ich dir ein kostenloses Videotraining verlinkt, wo du dich eben komplett kostenfrei eintragen kannst, wo ich dir persönlich komplett live zeige, wie das Ganze funktioniert, wie du es eins zu eins umsetzen kannst, dass du eben täglich auch solche Provisionen jeden Tag auf deinem Handy display siehst und auf dein Konto ausgezahlt bekommst. Deswegen klick gerne auf den Link unterhalb von dem Video. Und ich bedanke mich bei dir fürs Zuschauen. Vielleicht sehen wir uns schon bald wieder in dem nächsten Video von mir wieder. Und bis dahin, macht's gut, euer Luke. Ciao, ciao. Ciao, ciao.